Kurt Tucholsky, Der verspielte Mann Man sagt immer, Frauen seien so unlogisch. Das ist gar nicht wahr. Die einzig wirklich logischen Wesen, die es gibt, sind die Frauen. Sie sind so ernst. Sie haben freilich eine ihnen eigene Logik, aber sie nehmen alles ernst, sogar den Mann. Wenn der ganz dumm ist, tut er das auch. Der Rest ist verschämt, verspielt. Er traut sich nur nicht damit heraus. Es gibt wohl keinen verständigen Herrn, der nicht ganz und gar unverständige Riten hätte. Wenn er sich rasiert, wenn er die Pfeife stopft, wenn er Manschettenknöpfe ins Hemd zieht, vom Bad ganz zu schweigen. Es ist wie eine ausgleichende Ausspannung. Je ernster und aufreibender der Tageslauf, desto verspielter die kleinen Riten seine Alltagsgebräuche. Der männlichen Riten gibt es mehrere Arten. Man muss sie nicht Angewohnheiten nennen. Dazu ist die Sache zu ernst. Man lese die Werke Levi Brüls über die Seele der Primitiven und man versteht diese Riten mühelos. Jene, die den Menschen und die Dinge in ein absonderliches, mit der rationalen Vernunft nicht zu fassendes Verhältnis setzen. Streichholzschachteln müssen längs auf dem Nachttisch stehen. Quer dürfen sie das nicht. Dann gibt es, wie, ein Unglück? Nein, ein Unglück eigentlich nicht. Mit Aberglauben soll man dem Herrn Mann nicht kommen. Er ist nicht abergläubisch. Aber die Streichholzschachteln müssen längs stehen, weil sie ja immer längs gestanden haben. Oder doch in jenem glücklichen Jahr, als die Abschlüsse so gut waren. Hier verheddern sich die Gedanken dann. Und nun stehen die Schachteln also längs. Das muss so sein. Beim Rasieren muss erst der Pinsel abgewaschen werden und dann darf der Apparat gesäubert werden. Kehrt man diese Reihenfolge um, dann... Man kann sie nicht umkehren. Man darf sie nicht umkehren. Das ist unmöglich. Sehr gut ist es auch, wenn man mit dem Rasierapparat einmal kurz an die Schachtel klopft, in der er wohnt. Das weckt den Geist, der... Nein, natürlich wohnt da kein Geist. Was sind denn das für Dummheiten? Aber gut ist es doch, auf alle Fälle. Und was manche Männer treiben, wenn sie sich anziehen. Ich habe mir von Damen, die es wissen müssen, sagen lassen, das wäre unbeschreiblich. Daher kann ich es nicht beschreiben. Das soll ja ganz toll sein. Warum ist das alles so? Weil sie uns nicht lange genug mit unserer Eisenbahn haben spielen lassen. Da haben wir Griechisch lernen müssen, leider nicht genug, und Geschichtszahlen, leider zu viele. Und die Eisenbahn stand in der großen Pappschachtel und langweilte sich. Und nun tragen wir Zeit unseres Lebens die Sehnsucht mit uns herum, uns einmal richtig auszuspielen. Und nun müssen wir uns mit den Grammophonen trösten, mit Radio basteln, mit den Brückenbaukästen unserer Neffen und, wenn wir Glück haben, mit der Organisation einer Kommunalbehörde. Es ist ein Jammer. Im Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen, sagte Nietzsche. Kinder habe ich alleine, sagte Lottchen, als ich ihr das Zitat vorlas. Männer können auch ein Spiel spielen. Ernst des Lebens, heißt das. Das muss man gesehen haben. Haben Sie das mal gesehen? Denn im Kriege regierten mich einst zwei Hauptleute. Beide waren im Zivilberuf, den sie halb vergessen hatten, Baumeister. Aber nun waren sie Hauptleute. Und was für welche. Sie machten sich die Kompetenzen strittig, sie zankten sich den lieben langen Tag miteinander. Und eines Tages schlossen sie Frieden. Und ich war dabei. Sie gingen aufeinander zu, wie zwei große Berberlöwen, hoch aufgerichtet, feierlich brummend. Sie schüttelten die Mähnen. Und es war ein schier majestätischer Anblick. Hätte ihnen in diesem Augenblick einer gesagt, Aber meine Herren, so wichtig ist ja euer Kram gar nicht. Sie hätten ihm das Gesicht zerkratzt. Etwa wie ein kleiner Junge, dem ein böses Dienstmädchen plötzlich sagte, Dein Helm ist ja aus Papier. Und an diesen beiden löwischen Hauptleuten musste ich oft meine Erinnerung wenden, wenn ich ernste Männer in ernster Berufsarbeit ernst spielen sah. Aber ich sag's ihnen nicht, denn ich mag mir nicht das Gesicht zerkratzen lassen. Wie viel Spiel ist im männlichen Ernst? Wie viel Pose? Wie viel Spiegel? So ernst aber, wie eine Frau zum Beispiel ihre Arbeit nimmt, so ernst können wir Männer sie gar nicht nehmen. Das ist schade. Und alles das darf man gar nicht sagen. Es macht furchtbar suspekt. Man muss dran glauben. Man darf nicht spielen. Man muss den Ernst des Lebens hochhalten. Bei Brille und Bart. Mancher lernt's nie. Mensch, lach nicht. Es gibt so wenig Leute, die dein Lachen ernst nehmen. Sie wollen etwas Ernstes haben. Etwas, woran sie sich festhalten können. Und nicht mal dieser Artikel scheint ernst zu sein. Und so beschließe ich denn mit den fingierten letzten Worten des 60-jährigen Franz Blei, die er sich notiert hat, um sie bei seinem Tode zu notieren. Ich nehme alles zurück.